Jo, servus und willkommen hier in meiner kleinen Glemmbau Steinecke. Heute soll es ums Looper angehen und zwar hier die Handcrafter-Serie. 6 in 1 Es sind sechs verschiedene Sets, es sind sechs verschiedene Zimmer und zwar ähnlich den Glemmbau-Zimmern der Home- und Dreamer-Serie von Glemmbau. Die vor geraumer Zeit auf meinem Kanal zu sehen waren. Sluban hat sich dazu entschlossen ähnliche Sets rauszubringen und da bin ich mal gespannt, da bin ich ganz heiß drauf. Ich mache das Ding jetzt hier mal auf. Im Übrigen gekauft habe ich hier die Sets alle bei www.glemmbau-steinkastens.de und jedes Set kostet 8,99 Euro. Ich bin jetzt hier gerade am gucken, sie sind genauso nummeriert wie die Glemmbau-Sets von A bis F und wir fangen mit A an. Das heißt, ich werde jetzt nicht alle sechs Sets in einem Video veröffentlichen, sondern ich werde euch hier jetzt in diesem Video nur die Set Nummer A präsentieren. Hier, kleine Box, Mini Handcraft von Sluban mit 108 Teilen. Sie sind anscheinend um einiges kleiner als die Glemmbau-Zimmer. Da bin ich mal gespannt. Bin gespannt, ob sie sich übereinander stapeln lassen oder ob die Sluban-Zimmer ein bisschen kleiner sind. Zwei, vier, sechs, acht, zehn Stats. Ich glaube, die Glemmbau-Zimmer hatten zwölf Stats Längebreite. Werden wir sehen. Wenn ich Pech habe, können wir sie nicht übereinander stapeln. Würde ich schade finden. So, die Packung an sich ist ganz interessant, sehe ich gerade. Das ist so ein Schubber, den man hier nach oben öffnet. Und dann hat man hier einfach nur einen braunen Karton. Das ist doch auch eine Möglichkeit. So. Wie gesagt, wir haben jetzt hier die Nummer M38 B0757A. Wobei A natürlich für das erste Set der Reihe steht. Gehen wir runter auf mein kleines Glemmbau-Steintischchen und packen hier das Kartonchen aus. Gucken, was Sluban uns eingepackt hat. Ich bin gespannt. Die Küche von Sluban aus der Mini-Handcraft-Serie mit 108 Teilen. Set Nummer M38 B0757A. Wobei A für das erste Set der Reihe steht. So von vorne. Von den Seiten. Von hinten. Interessant ist hier, dass die hier so Stangen haben. Weil diese Zimmer nur eine Rückwand haben, aber keine Seitenwand, um sie dann stapeln zu können. Brauchen sie vorne Stabilität. Das wäre auch was für die Xingbau-Zimmer. So. Von der Seite. Und von oben. So, machen wir das Ding jetzt mal auf. Den Schubber. Und gucken. Kann man das hier irgendwie öffnen? So geht's auf. Und so geht's raus. So. Wir haben hier einen Werbeflyer für diverse Sets. Ja, einige davon haben wir tatsächlich schon mal gebaut. Zum Beispiel den Kipplaster. Den gibt's bereits auf meinem Kanal. Ansonsten will mir jetzt hier spontan nichts ins Auge fallen, was mir bekannt vorkommt. Wobei der Hubschrauber, der Polizeihubschrauber, der sieht verdammt ähnlich dem Feuerwehrhubschrauber aus, den wir gebaut haben. So. Und von hinten. Gibt's da noch irgendwas Bekanntes? Hier kommt mir jetzt spontan auch nichts bekannt vor. Nein. Keine Sets, für die ich hier Werbung machen kann. Also sprich für meinen Kanal. Bauanleitung. Und hier, die Farben sind schon krass. Hier haben wir einen Aufkleberbogen. Ein Bild, eine Uhr. und Schubläden, würde ich jetzt mal behaupten. Die Farben sind schon krass. Bonbonfarben, da geht's nicht. Was ist das hier? Eine Frisur. Eine gummiartige Frisur. Okay. Wir haben hier eine Minifigur dabei. Die hier irgendwo versteckt ist. Aber die Farben, die sind schon krass, ne? Also wie in dem Bonbonladen. Und hier die Plate. Auch hier steht überall M38 auf den Stats. Ganz so, wie es für Slowpan typisch ist. So, auf dem ersten Eindruck machen die Steine einen Slowpan typischen guten Eindruck. Aber wo zum Geier ist die Minifigur? Kann sie jetzt nicht erkennen. Ich hab die Haare gefunden. Ah, hier Beine, Torso. Wo ist der Kopf? Da ist der Kopf. Um die Hände. Alles klar, sie ist dabei. So, hätte ich gesagt. Verteilen wir hier die Beutelchen in meine Eimerchen. Ich baue die Minifigur zusammen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich halte schmarrn, schmarrn, schmarrn. Wir haben die Bauanleitung ja noch gar nicht begutachtet. Bin ich schon wieder zu schnell. Was haben wir denn hier? Ein Faltblatt. Ein Faltblatt. Wo ist denn hier vorne? Wo ist hinten? Hier. So. Ein Faltblatt. Und wir haben insgesamt zwölf Bauschritte. Dann ist die Küche fertig. Oder? Nein, elf Bauschritte. Im zwölften Bauschritt wird gezeigt, wie man die einzelnen Zimmer übereinander schichtet. Okay. Elf Bauschritte. Und es folgt dem Ganzen dem Prinzip der Entsättigung vorgehender Bauschritte. Also wir sehen deutlich. Nein, das ist sogar das ist sogar naja, nicht ausgegraut. Das ist ausgegelbt. Vorgehende Steine haben alle dieselbe Farbe. Also sowas ähnliches wie ausgegraut. Nennt man das dann ausgegelbt und wenn es dann blau wäre, ist es dann ausgeblaut. Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall farblos dargestellt. Entsättigt und farblos. Oder so ähnlich. Wie dem auch sei. Figur aufbauen. Beutelchen verteilen. Bis gleich. So, hier ist die Minifigur. Die Hausfrau aus der Küche. Von hinten schlicht und unbedruckt. Von vorne trägt sie eine Schürze. Eine Geschürze wollte ich jetzt sagen. Eine Schürze unter der Schürze. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist der Torso bedruckt. Druck ist gut. Ansonsten hier eine standardmäßige Slubanfigur. Was ein bisschen auffallend ist, die Haare sind aus einem gummiähnlichen Material. Ähnlich wie so manche Friendsfiguren haben. Wenn ich mir allerdings das Cover hier anschaue auf der Bauanleitung oder auch auf dem Karton, dann wirkt es ein bisschen als wären die Haare hier aus Hardplastik. Sind sie aber nicht. Nur so als Warnung für alle, die mit Hardplastik rechnen. Slubanfiguren, wie gesagt, die können den Kopf ein bisschen in alle Richtungen und die Hüfte und so weiter und so fort. So. Hier ist unser Küchenset. Wir sind in der Zwischenzeit bei Bauschritt vier angekommen. Wir haben den Boden komplett gefließt in weiß und in ziemlich hellem Gelb. Dazu ein paar Schränkchen und hier drüben wird wahrscheinlich eine Theke oder so herkommen. Der Hintergrund besteht komplett aus Panelen, die alle hohl sind. Also Sluban spart schon, wo es geht. Auch dieser 1x2 Gigando Brick ist hinten hohl. Die Lego-Version davon ist ja hinten geschlossen. Was soll's. Was interessant ist hier die Schränkchen. Die Rahmen außenrum sind ganz normale Schränkchen, wie sie bei vielen Herstellern vorkommt. Nur die Türchen lassen sich nach oben aufklappen. Sonst macht man die immer seitwärts auf. Dass man die auch so aufmachen kann, ist mir neu. Aber es ist im Grunde eigentlich keine Hexerei, wenn ich sie jetzt hier rausbekomme. Das sind Türen, die normalerweise in größere Schränkchen gehören und zwar so. Die lassen sich natürlich hier dann auch hochkant oder waagerecht besser gesagt einbauen. Wenn's jetzt gelingen mag. So. Und schon fällt die Paneele ab. Ja, ihr wisst, die Glemmkraft von Sluban ist jetzt nicht so megamäßig. Also kein Kobi. So, was auffällt oder was mir aufgefallen ist, ich mach hier mal die Teile weg. Wir haben hier überall weiß und gelb im Karree. Und hier verändert sich der Verband. Also hier kommt gelb, jetzt müsste hier weiß kommen und hier wieder gelb. Hier oben müsste gelb kommen und hier weiß. Das haben sie einfach so gelöst, da das Ganze hier überbaut wird, sieht man das nicht mehr. Nur wenn man seitwärts reinschaut und so von oben stimmt dann der Verband wieder. was sollt's? Hier den ersten Aufkleber angebracht, eine Uhr, ja, bei Xing, Bau und Co. Wäre es eine Rundfliese, hier ist es ein Aufkleber, was soll's. Bis jetzt, ich kann mich nicht beschweren, alle Sluban typisch, nur an die Farben muss man sich ein bisschen gewöhnen. Die sind schon, also, wenn Friends knallbunt ist, dann ist das hier schon nah an Einhornkotze, muss ich mal so sagen. Na gut, bauen wir weiter, ich bin gespannt. Bauschritt 8, so schaut's in der Zwischenzeit aus. Wir haben hier eine Dunstabzugshaube angebracht, die auf der Rückseite mit der Rückwand verbunden ist. Wir haben hier Herdplatten, angedeutete Herdplatten mit den Unterseiten der Drehteller, nur ohne Drehteller, was halt zur Folge hat, dass sich die Pfanne nicht mehr aufnoppen lässt. Das heißt, bei jedem Ankippen des Sets fliegt hier die Pfanne durch die Gegend. Boah, finde ich jetzt ein semi-geil. Ansonsten haben wir hier ein Regal, oben mit Jumperplate, keine Ahnung, was da noch draufkommt. Hier ein Becken oder sowas, ein Spülbecken und hier vorne Herd, Beziehungsweise Backofen oder Spülmaschine oder sowas, werden wir sehen, was das hier noch werden wird. Ansonsten, ja, verglichen mit dem Xingbao-Set ist es natürlich ein bisschen rustikaler hier, ein bisschen einfacher, ein bisschen schlichter, aber trotzdem hat es irgendwo seinen Reiz. Also ich finde es hübsch. Es ist, also es spricht eher Mädchen an, wobei diese Küche hier in ein Modular eingebaut, schadet auch nicht, also die stört auch nicht irgendwie, wird schon passen. Da fällt mir ein, aber wo Modular, es gibt in der Zwischenzeit von Anne Leiden beziehungsweise Q-Man richtige Zimmer, ohne Zimmer, also ohne Wände, da ist halt wirklich nur Couch, Tisch, Geschmärksel oder eben alles, was hier zu sehen ist, nur ohne Rückwand und ohne Boden. Diese Sets sind einzeln erwerbbar und können jedes Modular beliebig erweitern oder verbessern oder was auch immer. Das Schöne ist, wenn man sich diese Sets ein bisschen genauer anschaut, kann man sie nachbauen, ohne sie großartig kaufen zu müssen, wenn man die richtigen Steine hat. Okay, hätte ich gesagt, bauen wir weiter, wir haben jetzt noch drei Bauschritte und dann ist die Küche hier fertig. Ich bin gespannt. So, nach elf Bauschritten ist die Küche fertiggestellt. Was kam jetzt noch hinzu? Hier der Wasserhahn. Ganz interessant, diese Teile hier, die kenne ich normalerweise hier nur mit einer geraden Stange. Hier wurden Wasserhahnen draus gemacht. Gefällt mir, gefällt mir. Ob es das Teil auch von Lego gibt, ist mir jetzt so nicht bekannt. Ansonsten haben wir hier oben noch eine Platte angebracht, den Tisch hier. Leider, leider, die Tassen stehen bloß auf. Hier sind keine Noppen irgendwo, wo die Tassen hätten befestigt werden können. Esselbe betrifft hier den Fisch. Der liegt hier einfach nur lose auf, genauso wie im Hintergrund die Pfanne. Also ein bisschen Bewegung hier drinnen und alles fliegt raus. Auch für die Figur ist keine Noppe vorgesehen. Da waren die Sets von Xingbao durchdachter, muss ich sagen. Da muss Luba noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, was auffallend ist, die ganzen Rundfliesen hier drinnen und zwar alle haben so einen Rand außenrum. Möglich, dass das mit dem Designschutz zusammenhängt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Finde ich aber hochinteressant. So, ich drehe es mal um, damit ihr es auch von hinten seht. Von hinten schaut es schon übel aus. Hier ist alles hohl und leer und ja, sämtliche Farben kommen hier zum Vorschein. Obendrauf wo die gefließt, links und rechts, eine 1x1 Plate, um es mit einem anderen Zimmer verbinden zu können. Dafür sind auch diese Stege hier schön in Transclear, damit sie nicht allzu störend sind, wenn oben das nächste Zimmer aufgenobbt wird. Ich habe es jetzt mal versucht, ich bringe euch jetzt hier mal im Vergleich dazu das Xingbao-Set hier und ihr seht schon gigantomatischer Größenunterschied. Also, während wir hier nur 10 auf 10 Noppen haben, haben wir bei Xingbao schon 12 auf 12 Noppen. Ich messe es jetzt mal spaßeshalber aus. Bei Xingbao war es ja 10 auf 10 und hier haben wir Moment, schon fliegt die Tasse um. 8. 8 auf 8 und die Höhe 6,2 oder so. 8 auf 8 auf 6,2. Das hat natürlich zur Folge, dass sie mit den Xingbao-Zimmern nicht kompatibel sind. Ich kann sie zwar aufnoppen, mehr oder weniger, aber ich komme halt größenmäßig nicht hin. Ja, es sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht wird mein Zimmerchen oder mein Türmchen nach oben eben verjüngt oder so. Bin nicht ganz so zufrieden, muss ich sagen. Auch fehlt die Außenwand hier an der Seite, um es anständig in der Viererkonstellation, wie ich es eben gebaut habe, irgendwie vernünftig unterzukriegen. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Vielleicht stelle ich die Snuban-Zimmer alle einzeln und verbinde sie nicht mit den Xingbao-Zimmern. Schade, schade. Ich dachte, ich hätte was gefunden, um mein Zimmer-Türmchen vergrößern zu können. Ja, ob er bleibt mir als letzte Hoffnung ja bloß noch die Zimmer von Sembo. Die sind im Übrigen auch schon geordert und auf dem Weg zu mir. Was noch auffallend ist, ist dieser Fisch. Der Fisch kommt in der Bauanleitung überhaupt nicht vor. Der ist übrig geblieben und ich habe mir gedacht, wo kommt der hin? Ich habe rumgesucht, der ist nur hier am Cover zu sehen, dass er hier auf der Herdplatte oder was auch immer das hier sein soll, dass er da liegt. Aber ansonsten kein Fisch in der Bauanleitung. Hier steht zwar einmal Fisch, aber nicht wo er hingehört. Was auch interessant ist, unser Aufkleberbogen, wir haben also wirklich nur die Uhr gebraucht, das Bild und die angedeuteten Schubladen haben wir nicht gebraucht. Wenn ich mir das da unten anschaue, dann haben wir hier die Artikelnummer A, E und F. Also ich gehe jetzt mal davon aus, das ist der Aufkleberbogen für diese drei Sets, für A, E und F. Und wahrscheinlich brauchen wir bei E den hier und bei F den oder andersrum. Ist interessant. Brauchen wir denn bei B, C und so weiter andere Aufkleber? Werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Fazit zu dem Set, Sluban muss noch ein bisschen dran arbeiten, aber für kleines Geld und gerade für jene, die das Ganze in Modulars einbauen wollen, um ihre Modulars zu bestücken, ist das hier sogar eher geeignet als die Dinger von Xingbao. Die Teile von Xingbao sind alle mit der Rückwand verbunden und man müsste es komplett neu aufbauen, um es irgendwo einbauen zu können. Das ist jetzt hier bei dem Set hier nicht ganz so tragisch. Es lässt sich problemloser in irgendwelche leeren Räume einbauen. Was von dem her gesehen, ist es sogar praktischer. Um es als Display-Set irgendwo hinzustellen, gefallen mir die Xingbao immer besser. Hier fehlt einfach noch eine Wand. Klar, man könnte jetzt noch eine Wand hinbauen, aber es wird schon schwierig, weil der Farbton von Sluban oder allgemein die Farbtöne von Sluban, die gibt es so nicht von Lego. Ob ich das helle Gelb oder so ein ähnliches helles Gelb nochmal irgendwo auftreibe, naja, gut, wenn ich das hier vergleiche, ja gut, dann ist dann doch ein bisschen dunkler. Wollen wir mal schauen, ob es von Lego überhaupt so helles Gelb gibt. Wir sehen hier den Stuhl hier, den Stuhl hier oben, wäre das Lego Gelb, das helle Lego Gelb, ist das auch ein anderer Farbton. Also die Farbtöne von Sluban treffen halt überhaupt nicht die Farbtöne von Lego, die haben eigene Farbtabellen. Deswegen ist es genauso tragisch wie bei Kobi, wenn ein Teil fehlt, weil man mal nicht schnell aufbricklen kann und kann sich Teile nachordern. Kann man schon, aber man muss halt damit leben, dass sie nicht dieselbe Farbe haben. Naja, ist halt so. Was ich jetzt mit den Sets mache, weiß ich jetzt noch nicht. Werden wir sehen. Ich werde es wahrscheinlich zusammenlassen, also nicht mit den Xing Bao Sets verbinden oder ich lasse mir was einfallen, ich bastel noch ein wenig. Werden wir sehen. Spätestens, wenn das sechste Set durch ist, zeige ich euch eine Lösung. Ich bin gespannt. Das war es an dieser Stelle, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen, Daumen nach oben tut nicht weh, abonnieren nicht vergessen und ich sag Servus, bis zum nächsten Mal. Eierdosten und baut was Schönes. Ganz kurzer Nachtrag, das hier ist übrig geblieben. Fünf kleine Steinchen beziehungsweise vier und eine Hand. Allerhand.